Musik Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Zuerst möchten wir uns bedanken für die 300 Abonnentinnen und Abonnenten. Das ist eine wirklich sehr, sehr große Zahl und deswegen habe ich mir als Special überlegt, weil das haben sich auch manche in letzter Zeit gewünscht, dass ich mal einen Klick hinter die Kulissen mache und auch mal eine Hausroom-Tour und deswegen sage ich euch jetzt viel Spaß bei diesem Video. Musik Ihr seht hier Familie Mason und wenn ich ein bisschen weiter rauszoome, dann seht ihr das ganze Haus und daneben ist dann das Haus von Familie Mason. Also es gibt zweimal Familie Mason, weil es ja eine Familie ist und das ist auch so ziemlich das ganze Playmobil, was ich noch habe. Deswegen kann ich euch auch nicht mehr zeigen. Es geht halt nicht, weil ich halt mein ganzes Playmobil verkauft habe, wie schon gesagt. Hier seht ihr noch einmal das Haus in der Gesamtansicht und hier ist das Erdgeschoss. Ich habe mir überlegt, hier noch eine Haustür hinzumachen, weil die fehlt bisher. Dann ist hier unsere Küche mit einer kleinen Raumabteilung zum Wohn- und Essbereich. Dann seht ihr hier unser Klavier und unseren Fernseher. Und hier dann unseren Essbereich. Leider gibt es hier keine Treppe, deswegen machen wir das jetzt einfach so. Hier ist unser, wie ich sage, sehr modernes Badezimmer mit zwei kleinen weißen Teppichen. Die werde ich auf jeden Fall noch austauschen. Und hier nochmal in der Klavieransicht. Mich stüttert ein bisschen die rosa eine Tapete, deswegen habe ich dort so ein weißes Blatt Papier oder besser gesagt ein weißes Stück Architektenpapel hingemacht, damit man das nicht so sieht. Dann ist hier unser Schlafzimmer, was ich auch sehr schön finde. Und dann ist hier die einzige Treppe. Das ist dann Olivias Zimmer, was noch sehr jugendlich aussieht, weil das war zuvor ein Jugendzimmer und das habe ich halt gestern erst eingerichtet. Deswegen sieht das noch ein bisschen neuer jugendlich aus. Auf jeden Fall kommt hier noch etwas mehr Spielzeug rein. Und hier kommt dann noch das Babyzimmer hin von den Zwillingen. So ihr Lieben, das war es schon wieder mit unserem Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann lasst einen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr gegrüßt würden wollt, dann schreibt den Hashtag Familie Meißen in die Kommentare. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.